Super Dragon Ball Heroes, jetzt auf Deutsch. Episode 7. Zamasu ist zurück? Möge der Universal-Conflikt-Arc beginnen. Diesmal mit alten und neuen Bekannten wie... Jack als Vegeta. Hör zu, du gute Pissnäcke. Ich werde das machen. Verstanden? BC Draven als Xeno-Goku. Wir sehen uns. Heavy als Fuwa. Sampa wurde von König Zellu gerufen und jetzt kann ich ihn auf einmal nicht mehr erreichen. Master of Tales als Hit. Diese scheiß Fischerspielen doch nur mit uns. Rafa als Zamasu. Verfluchte Sterbliche. Aiko Voice als Kaylee. Und wir schätzen uns besser nicht, okay? Anisama als Caulifla. Auf die Fresse! Kitosama als Trunks. Son Goku kümmert sich drum. Alles wird gut. Diodati Synchron als Kaba. Ah, Meister! Sondeku als Ohren. Ach herrje, wie enttäuschend. Das klingt ja nicht mehr als Aufwärmprogramm. Du bist jetzt, du bist hier und du kannst. Akira, Hidaka als Kamin. Da haben wir euch wohl überschätzt. Und Miley als der neue Bösewicht. Hotz. Das war so eigentlich nicht geplant. Super Dragon Ball Heroes. Episode 7. Ab dem 13. April auf dem YouTube-Channel von Over9000Studio. nucchiff. Ab dem 13. April Oh, je verstecke ja nicht mehr als Aufwär repairs. Tsch напр herrje, dothana? I will reagieren und hoifikierenchluss! dem�� Thursday G